Seitdeck. Also ich meine... Wow! Auf geht's! Auf geht's! Los! Ich muss schon wieder scheiß Karten! Alter, wie fies das grad war, ne? Mhm. Das realisiere ich grad erst. Alter, das war ja voll fies. Stell dir vor, du hättest gar keine Karten auf der Hand. Du könntest nie wieder ziehen. Ja. Ja, das Problem war, ich hatte den Level 7 Ertrachen auf der Hand. Und den kann man ja nicht einfach so legen. Ach, Mann. Ja, will ich. Die da. Zing! Was für Wunder hat. Zing! Zing! Oh, Alter! Hey, ich könnte kotzen! Wieso? Was? Ich... Zieh nix! Oh! Was ist das? Schau mal, wer da jetzt kommt! Hä? Du hast schon einen Monster gelegt. Ach so. Okay. Äh. Gut. Äh. So? Ach, du Scheiße. Hast schon einen Monster gelegt. Ach so. Was willst du noch? Das macht wohl keine Angst oder so, ne? Vor allem ein Deck mit dem, das ich eigentlich nicht kenne, weißt? So richtig. Ja. 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 Der Herr. Möchte der Herr auch noch was machen. Moment. Moment. Soll ich das machen oder nicht? Ich schwör für nein, weil, ganz ehrlich. Ne, mach ich auch nicht. Dann. 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 also in dem Fall jetzt ja dann nö heute nicht ich kapiere den Effekt zwar nicht, aber nö nö, nö, nö heute nicht doch bist du beim falschen Mann nö, heute nicht hä? ich musste den nochmal durchlesen ich hab den nicht kapiert jetzt ich kann dir gar nix mehr, man scheiße was? ja, man wett-schwanz-drehe ja, man das ist halt drache, das ist lustig ne, watt-schwanz-drehe, ich hab wett-gläsen, watt watt, n-schwanz-drehe boah watt n-schwanz-drehe äh 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 ich versuch's es wird sowieso schief gehen äh 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 ich versuch's da hab ich äh 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 ex niedriger bums doch die hände ja ja jetzt hat er noch 3 2 jaja du jetzt hat er wieder 4.000 ja NEIN doch bitte fick dich du fick dich ja ich möchte bitte angreifen auch dankeschön ich muss sagen ich habe respekt vor diesem deck ich muss mal lesen boah 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 alter wie mies alter alter ein kumpel hat irgendwie ahnung von yu-gi-oh habe ich so das gefühl das habe wirklich nicht ich gebaut alleine er war das ok mach bitte ja ja so habe ich es auch verstanden genau genau weise gasp das azt nicht geht es da hasse so scheiße schnuppe schnuppe scheiße Dein geliebter Vogel Dein geliebter Vogel So Nö Hä was da war hueuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleleuu 가능 Na ja klar Na ja klar Ne E crede rer Ange vornehmen Eid hueireeuleuleuleuleuleuleuleур יט Häh Dø en gøy m arm durch die zauberfahrer gezerkarte mehr als die pferde Bobine alter das wäre wenn ich die ganze zu machen Rrrrrr Rrrr 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 Spiel Mach deinen Zug Es wird eh dein letzter sein Was Ach ne nicht das Ding Ich mag das nicht Äh 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 jetzt mal die Zauberkarte weg WAH Hä Scheiße wenn ich jetzt nichts ziehe ist aus für mich ach ich schraff die kacke net wo hast du jetzt angekommen was kann das ding ich habe eine karte wo das ganze exudium drauf ich habe gewonnen ich hab ich hatte es so wie ein Roboter ich bin ein Roboter ich bin es war immer ich muss es lesen ja les aber das ist nicht von mir ablenken weil wenn ich ablenken lässt während du liest kapierst du vielleicht effekt dieser Karte nicht mehr Zauberkarte oder Fallkarte aber ich denke das ist ein Monster mit einem Effekt aber wenn du dann oh ich hab du wirklich recht gehabt das ist ein Monster ähhhhh hey htbc da oh yeah ehoh das gut also ich werde mit meinem Millennium's Bums Typie dein Vogel ergreifen danke jetzt greife ich äh die Karte an tschuldigung hooo der sieht aus wie Gaia warte während deines deines Battle Steps falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsmonos angreift du kannst sie ja ok das bringt nichts das bringt dir also nichts mhm also habe ich das jetzt gelesen nur wenn es angreift was mache ich jetzt wenn es wirklich vorbei ist dann bitte nicht aufgeben ja ich kann nichts machen doch doch warte 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 ich hab den sogar noch verstärkt so dann ich noch die Karte aktiviere ich noch die Karte mit voller Kraft ja du hast meine es ist zwei stärksten Monster immer noch nicht gesehen ja ist mir egal zum ersten mal nach dem dritten Bene oder Nebosch habe ich zum ersten mal eine Runde gewonnen weil davor ging es immer 2-0 für dich aus wie Spaß beim Anfangen ach nö ich will nicht anfangen anfangen ist langweilig äh ja guck alter ich hasse dich ey das ist doch alter es macht einen Zug es wird eh dein letztes sein ey das aber Harry ähm haa mh mh oh jetzt kann ich nichts machen jetzt kannst du mich oh alter du hast wohl einen Vorteil jetzt du darfst das Futter anfangen boah damit hätte ich jetzt nicht gerechnet jetzt verliere ich das ist klar weil oh ha shit 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 ah oh ok 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 es ist vorbei meine Damen und Herren es ist vorbei es ist vorbei 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 Pau Pau Fick dich ähm heute nicht der alte Mann ne oder wie das war der ich muss überlegen was ob ich das ja das mache ich ist noch sehr viel ab um Pau m m dies nun die beiden n um um ho alter und wie trotzdem das war zu bei den weit so unnütz der zauber gerade ja ich wusste nicht dass was dagegen neuer eine fallenkarte kann ich ja nur ja doch doch ja klar die hätte ich auch machen können aber ich wollte es ja zerstören und nicht auf deine hand zurück tun deswegen jetzt ist es aber auf meiner hand hauptsache es ist weg das wollte ich alter wie geil hey das ist unfair oh mein gott der liegt ganz alleine ich habe keine 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 fallen karten oder zauberkarten geht mir auch so ich muss es probieren weil ich sonst nichts machen kann da ich die die ich mag es nicht so ich muss eine gute karte ziehen sonst kann ich das Vieh irgendwie nicht noch eins da liegt der strich einfach noch ein c gibt ja nichts woow 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 hmm hmm ha Moment. Nee, das... Boah, ich hoffe, das klappt. Nee, das klappt nicht. Wie blöd bin ich eigentlich? Ich bin so ein Idiot. Oder? Nein, ich bin kein Idiot. Eine Tomate mit 3000 Angriff. Wie cool. Boah. Da kann ich nichts anderes noch zu sagen. Außer... Boah. Der hat eine Tomate. Alter, der hat eine Tomate. Der... Der... Der Typ hat eine Tomate. Der Typ... Der Typ hat eine Tomate. Der Typ hat eine Tomate. Auf den Augen. Nee, in den Ohren. Oder wie schweckt man da? Tomaten auf den Augen. Der Typ hat eine Tomate. Mit den Ohren hast du... Was ist denn Ohren? Welches Gemüse? Weiß ich gar nicht. Übertreib halt. Was willst du denn? Boah, der Papier dort. Oh, ha. Okay. Oh, ha! Haar! Ah. 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 Ich bin grad wieder voll konzentriert. Echt toll. Ich. Ja, ich auch. Mhm. Der versucht jetzt so schnell wie möglich ein Level 10 aufs Feld zu kriegen. Irgendwie. Ah. Nö. Ich mach das so schon. Fick dich. Und holen wir jetzt den Fünfer. Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. beobachtet okay okay Prozent Prozent ganz gut Prozent aber sich nicht erst wird ich hab's schon zerstört ich hab's ja zerstört und durch den Effekt um eine Tomate habe ich noch mal Monster rufen können ja aber warum durfte sich meiner nicht zum Level Siebener machen keine Ahnung komische Sache hau Pauz Pauz äh ja den da muss ich schon machen der ist noch ein anderes Mono kommt da zwar wieder was aber naja dann du machst ja genau mach dich weg und ähm ja soll ich eigentlich mich entwickeln nö warum keine Ahnung hä äh ja na klar ich hab ja keinen Siebener mehr der ist ja auch im Friedhof echt ja das war der den du mit meiner mit der Tomate besiegt hast ach so ja das ach so ja kein Wunder dass ich keinen mehr holen kann ich kann ihn nämlich nur vom Deck oder äh von der Hand äh holen ja das heißt der Zehner na komm ähm ähm aber g auf äh Dino bitte das ist Effekt und Flip alter oder wie ok hä ah ok ah dann wird der Beteiligungs das heißt boah wir sind gerade voll ruhig gegenüber der Aufnahme wir sind gerade beide irgendwie voll konzentriert ja hi hello ja wir sind immer noch hier haha ja hello total nee ich wollte eigentlich sagen dass das das ist ja jetzt hier also ich hab ja 1 1 und so ne jetzt geht's ja auch für mich um was mhm deswegen das habe ich schon nicht so oft geschafft weißt du die ersten Matches also ich denke ich schaffe es sagen aber da habe ich die schon ein paar mal hintereinander besiegt aber mhm das stimmt aber jetzt irgendwie ich weiß auch nicht mein Deck ist irgendwie zu schwach ich muss mir aber andere Decks machen irgendwie glaube ich das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt weil ich kenne ja deine Decks irgendwann bald ja genau ja und dann ja genau das Vasion grad mit der einfallen Karte da wo ich ähm da wo du ähm ein Monster zurück auf die Hand geben kannst ja das ist ja das ist ja das ist nicht nichts n 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 www die Tomate und dort schwer die Tomate aber in Angriffsmodus okay wenn ich das jetzt wieder tun weg machen und dabei eine Karte mit ist der Flip aber da vor oben steht auch Effekt ich weiß mach einfach das ist ein Flip Effekt Monster ach so das heißt wir lassen es nichts ziehen oder nein das könnte ich ja mit meinem kleinen Drachen angreifen aber ganz ehrlich will ich nicht nee nee das will ich nicht das will ich nicht äh ich hab deine besten Monster noch nicht gesehen Scheiße mhm wenn sie kommen hab ich Angst aber bis jetzt hab ich ja doch schon Angst aber ich äh nee nee ich setz doch vorher ein bin ich das sehen sie jetzt wieder runter ach du machst du eins oh äh noch nicht ich habe es kapiert hast jetzt gewürfelt hast du würfel gesehen egal 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 spiel einfach ich habe selber nicht kapiert die karte ich habe sie einfach mal gespielt spiel einfach spiel einfach weiter ja ich will mein alter und habe ich jetzt mein drachen nicht alter beide tod oder was scheiße echt ja ach so ja klar wie soll ich so zu 7er bekommen ich idiot war heute gespielt die defensive baden da ist doch wieder so eine kacke drunter so jetzt bitte herz der karten dass mich jetzt nicht im stich bitte was jetzt bin ich über baby und die märkte und er wird ganz cool weil er weiß der nebo schon er hat einfach keine chance das geht nicht auch fack er wird ist okay da haben er hat er und gerade gesehen Prozent die erheit der feste Kausel verabschiedet okay ist ein zählt ist enden Das war aber nur eins von zweien. Scheiße. Boah, das Ding hat mir jetzt so einen Arsch gerettet, hey, Gott sei Dank. Alter, was soll ich da nur machen? Fick dich, Bene. Du bist so ein Arschloch, weißt du das? Was soll ich bei sowas nur machen? Ich weiß es nicht. Alter! Hahaha, sehr schön, wow, das steckt. Wow, da haben wir beide unsere besten Züge ausgepackt. Also liebe Zuschauer, wenn ich hier nicht das, die meiste, das meiste Entertainment, um, was ist ich, wie viel Uhr ihr guckt, aber... Bei uns ist es dann gleich drei Uhr. Ja, es gibt hier nichts, ich wiederhole, nichts, was einfach mehr Entertainment bieten kann, als diese Folge, diese Party zu gucken. Es ist einfach unglaublich. Ich könnte mich hier, ich könnte mich hier querlegen und würde einfach sagen, wow, was ein Ding, ey, was ein Ding! Das muss man gucken einfach, man muss es gucken. Das ist... Oh, und ich hoffe, ihr seid nach 45 Minuten immer noch dabei. Boah, ich komm, ich mach das in zwei Parts, oder? Wieso, wie lange geht's schon? 45 Minuten. Was? Ja. Oh mein Gott. Weil sonst hat man immer nur zwei Matches. Jetzt sind es ja drei. Ich mach's in zwei Parts, denke ich. Weil das ist ein bisschen viel. Boah. Boah, zwei Parts sind aber auch ganz schön viel. Ich mach's in drei Parts, so 15 Minuten Parts. Das ist aber auch blöd, und im Duell einfach sagen, Schnitt. Ja, trotzdem. Nee, wer, wer, oder... Mach auf zwei. Ja. Mach so die ersten zwei, die machst du in einen Ding rein, und das letzte Entscheidende kommt dann am Schluss, so warm, als einzelner Part. Okay. Ja, das ist das Spiel, sonst wird's immer noch länger. Ja, stimmt. Du bist dran. Fällt mir gerade auch auf, ja. Ich warte die ganze Zeit, überleg, was soll ich machen, was soll ich hier gehen machen? Ähm. Weil es wurde jetzt zu Zeit, ach, das wird eigentlich alles, wie es jetzt ist. Och, bene! Was denn? Wichtig! Du hast doch wieder, du hast doch deine Karte, ich weiß es doch. Jetzt gehöre ich dich an, das ist, jetzt kommt die Karte weg, auf Friedhof. Okay, 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 okay. Komm, bitte, nenn mir wieder mein Arsch, bitte! Ach, scheiße. Das ist trotzdem was, ich weiß es doch. Scheiße. Oh Gott, bene. Oh Gott. Ich glaub, Paschino verloren. Das kann sich jetzt eh nichts... Du hast nichts, was du machen kannst, nichts! Du bist jetzt so in Zone zwickel, du kannst nichts machen jetzt. Das dauert jetzt ewig aus, ich find irgendeine scheiß Ausrüstungszauberkarte, wo es irgendwie schafft. So, viel Spaß. Also, sagen wir so, ich bin ja kein Fan des Aufgebens, aber bei sowas gebe ich auf, weil, ihr habt es selbst gesehen, ich hab... Ich kann eigentlich noch was machen, Mann! Ich hab... Ne, das ist mir jetzt scheiße geil. Ich hab verloren und... Oh, Scheiße. Okay. Danke fürs Zuschauen, das war ein atemberaubend... Guckt euch die Life Points an, guckt euch die Life Points an. Er hatte 500 Life Points. Er hatte Reigeki, okay, kann man nichts machen. Das war jetzt mal... Wow, war das? Und ich will den Part nicht noch länger ziehen, weil wir sind jetzt bei 48 Minuten angekommen. 48 Minuten. Pure Leidenschaft von... Purer Spiellaune von uns beiden und... Wow, Respekt. Ja. Ich schüttel dir virtuell die Hände. Dankeschön, ich dir auch. Ich... Ich... Oh, ich verneige... Oh, mein Gott. Warte. Ich hab, bis du das Mikro und Hand genommen dann so... Ich verneige mich vor dir, weil... Das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ich würde einfach mal sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis bald. Jo, ciao. 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 Vielen Dank.